Hallo, ich bin Silvio. Und ich bin Matt von Schein. Ich bin Sandra von Schein und wir sind auf Joke TV. Und ich bin Steff von Schein und ich erzähle Witze. Oh nein! Ein Taucher geht in der Vollmond durch, mit Sauerstoffflaschen und allem bestückt. Er geht tauchen, taucht einmal auf 6 Meter runter. Schwimmt hier jetzt um, plötzlich neben ihm ein Taucher nur in den Badhosen. Er schaut rüber und denkt, verdammt, wie macht er da 6 Meter? Ich gehe noch etwas tiefer. Taucht noch einmal etwa 6 Meter runter. Es geht ein Moment, der Ander kommt wieder nebenher, ganz ruhig. Er schaut wieder rüber und denkt, verdammt, immer noch. Wie macht er das? Ich gehe noch tiefer. Taucht noch einmal etwa 6 Meter runter. Wir sind fangen etwa auf 28 Meter. Der Ander kommt wieder so schön, langsam hinten oben mit den Badhosen. Dann lässt er diesen Mann ab mit dem Taucheranzug. Er nimmt die Schreibtafelle für ihn und schreibt, wie machst du das ohne Sauerstoff? Der Ander nimmt die Tafel aus den Händen und schreibt, ich ersaufe, du Idiot. Und wer haben wir da noch? Der Mausen. Ebenfalls von Schein. Die beste Band von der Welt. Die beste Band von dir. Das war eine gute Witte. Super.